hey ho und willkommen zurück bei die sims 2 mit facecam spielen wir jetzt nur noch ich mache es hier das letzte blatt haben also ich habe nur noch mit facecam schau ich mich so langweilig ist mein letztes video auch nicht kollege so ja letzten part haben wir ein bisschen mit der alten jungen geflirtet und jetzt wir brauchen logic wir brauchen ein kleines bisschen logiker aber logiker können wir uns nicht kaufen logik ist zu tun aber wir könnten uns ja mein gott diese musik wahnsinn wundere 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 wunderschön logik so und jetzt haben wir uns auch klar noch mal ein bisschen die logik beibringen lassen oh er braucht ein bisschen hunger hatte oh komm nein wieso hä hast du den schatten hatte ja komm wir arbeiten geh arbeiten yolo maule dolo so die tonne heben wir erstmal auf den müll bringen recyceln wir die zeitung leckt gerade irgendwie das spiel jetzt geht es wieder so wie zeigen wir auch und ja er hat hunger er hat hunger ok machen wir dann noch das bim 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 ok er hat gerade mittagspause gehabt anscheinend auf arbeit hauntrang da muss man pinkeln ja dann geh mal pinkeln blum wir machen das immer ein bisschen niedriger machen nicht mal die erste umgebung aus oh ein screenshot gemacht what shit na la rufen wir unsere freundin simona an und sagen yo simona kommst du mal rum mal gucken was so ab geht yo wir haben es geschafft auf jeden fall arbeit zurück aufräumen perfekt hat er mich assi genannt oh da hat er sich doch drauf das kannst du dir nicht vorstellen einladen so kein freund mitbringen nein du kannst keinen freund mitbringen Abendessen servieren Nudeln mit Käse oder bitte grüßen mit einem Küsschen Schätzchen Lauf zu essen kollege oh die ruft die bei mir auf einmal um die bei mir auf einmal auf zicke na komm die checken wir mal ab hier die jungsche schrei noch zwei dritte anspielung kleine schnelle was du willst du willst keine zweite ankündigung an deutung ankündigung häääh Okay, dann nicht. So. Ah, ich küsse dich. Ich soll deine arme App. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Flirten. Und Garnen. Flirten, Peche. Komm. Zum Abchecken. Vorschlagen. Wo nachbleiben. Oh, das wird schlecht, aber es ist gut. Tudum. Vorschlagen. Will ich nicht über Nacht bleiben? Ist das dein Ernst? Küssen. Küssern zuwerfen. Happen stehen. Okay. Oh. Ein verlieblich Ehepaar. Noch ein Kuss. Dann geh ich hoch. Weil ich sie gleich nach Hause muss. Herzlich. Aufarmen. Zärtlich küssen. Komm, steh dich im Auto. Oh, ich stinker. Duschen. Oh. Bitte den Fernseher ausmachen, der ist zu laut. Ähm. Küssen. Aufarmen. Küssen. Romantisch. Ah. Eine ganz sinnliche Art. Ich weiß. Vor Nacht bleiben. Komm, die kriegen wir auch. Achttausend. Wow. Wirst du vor Nacht bleiben? Shidege. Ja, du willst vor Nacht bleiben? Ah, das ist ja so schön. Ah. Zärtlich. Flirten. Tanzen. Oh ja. So, dann. Werden wir die mal mit ins Hüppetchen nehmen. Zum reinhüpfen. Komm weiter. So, wo ist sie jetzt? So, danach kommst du vorschlagen. Einziehen? Ähm. Ich würde gerne, dass die... Hä? ...mehr bitten mitzumachen. Bitten mitzumachen. Na, kommen die dann? Lachen wir mal hin. Komm, lächst dich mal hin. Küssen. Kuscheln. Oh ja. Hihi. Küssen. 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 So. Jetzt geh ich hier raus. Und jetzt Vorschlag. Einziehen. Komm. Ich zieh bei mir ein. Los. Zieh bei mir ein. Du nicht. Du bist ja allein. Komm, bitte zieh bei mir ein. Bitte zieh bei mir ein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Neeein. Pflichtig küssen. Romantisch. Eng umschlungen. Rumschulen. So. Spuren wir mal alles ab. So. Jetzt schläft er eine Weile. Alter, du kannst ruhig mitzumachen ins Bettchen gucken. Müssen wir da nicht arbeiten gehen? Oh, wir müssen arbeiten. Kann ich mich vielleicht krank melden? Ich will nicht kündigen. Ich brauche meinen Job. Ähm. Können wir nochmal den Vorschlag machen? Ähm. Vorschlag. Einziehen. Komm. Bitte, bitte, bitte. Sag ja. Bitte 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 sag ja. Jaaaa. Wuuu. Jaaaa. Wir haben mal kurz eine Pause. Und zwar. Was haben wir jetzt erreicht in dieser Folge? Wir haben erreicht, dass diese Frau bei uns einzieht. Wuuu. Wir haben endlich. Hormone. Weibliche Hormone in unserer doch so trüsten Männer-Single-Wohnung. Im nächsten Part seht ihr dann weitere spannende Folgen von Bub Gammüller und Nina Kaliente. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Ein Kommentar da. Ein Like da. Und ja. Schreibt mal in die Kommentare. Was denkt ihr? Wie wird sich die Geschichte zwischen den beiden noch verändern? Werden sie Kinder kriegen? Ja. Wenn ja. Wie viel werden sie sich vielleicht formellen? Heiraten? Oder vielleicht doch fremd gehen? Wir schauen mal. Bis dahin. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.